Liebe Zuschauer, willkommen zu einem neuen Video der HFU-Kaja-Gruppe Alumni Camp 2019 im Tessin. Da die Veranstaltung vom GHD, das ist die Geschäftsstelle der Hochschuldidaktik, gefördert wurde, hat der Film zwei Teile. Der erste Teil über circa zweieinhalb Minuten ist quasi mein Rechenschaftsbericht für die GHD zum Alumni Camp. Dann kommt der zweite, eher inoffizielle Teil des Films. Ich hoffe, man erkennt, dass wir viel Spaß haben. Den wünsche ich euch jetzt auch. Kommt's ab. Es wird's! Es wird's! Bis zum nächsten Mal. Musik Das war ein Stein, der war kalt. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020